Guten Tag! Wussten Sie, dass man jetzt jeden Tag ein Opel Corsa gewinnen kann? Hat das etwas mit diesen witzigen Fußballsprüchen zu tun? Exakt. Sie brauchen sich nur jeden Tag ein Spruch ausdenken. Und den muss ich dann wohl abgeben. Genau. Na dann, Schmidt, mach mal. McDonalds großes WM-Gewinnspiel. Täglich einen Fußballspruch abgeben und täglich einen Opel Corsa gewinnen. Immer dran denken, das Runde muss in das Eckige. McDonalds ist einfach gut.